Die Politiker machen diese Konferenzen, um zu zeigen, dass sie gute Menschen sind, dass sie auf der richtigen Seite stehen. Aber wenn sie ein bisschen kratzen, ja, was wollt ihr dann genau für ein Problem lösen? Dann schaut man sie schon an, verengen sich die Augen zu rasiermesserscharfen Schlitzen zu Schiesscharten. Die Köpfe in der Aussenpolitischen Kommission, ich verrate jetzt kein Geheimnis, die drehen sich dann so nach meiner Seite, Jacqueline Badran, wie der Geschützturm eines Zenturion-Panzers, richtig klar? Und ich bin da völlig, ich stelle ja nur eine Frage.